Guten Tag, guten Tag allen. Sagen Sie bitte, ob Sie mich sehen, ob Sie mich hören, alles wie immer. Ton und Bildqualität, damit nichts schief geht. Es wählen sich immer noch Teilnehmer ein. Ich grüße alle Chats, alle Rooms und ich hoffe, dass alles gut ist, dass die Dolmetscher im Einsatz sind. Lassen Sie mich bitte wissen, ob alles läuft. Unsere Dolmetscher sagen, ja, es ist alles gut in allen Rooms. Dann möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen bei einem weiteren Informationswebinar, das den Produkten und Trainings gewidmet ist, die wir bei Average und bei der Akademie für privaten Investoren haben. Es erscheint uns sehr wichtig, dass Sie über alle Promotions informiert sind, über all die Angebote, die wir jetzt sozusagen aktiv im Angebot haben, ungeachteter Tatsache, dass Sie normalerweise in das Kundenkonto selbstständig hineingehen sollten. Sie sollten sich vertraut machen mit neuen Produkten, mit deren detaillierten Beschreibung. Aber ich glaube, es ist da ohnehin nicht schlecht, wenn man reguläre Webinare durchführt, wo man auf einmal erfahren kann, auf welches Training eine besondere Acht man geben sollte und wie man diese Trainings den Partnern vorstellt. Mein Name ist Annett Martinsson. Ich bin ursprünglich aus Lettland. Ich befinde mich aktuell in unserem Büro. Ich bin seit einiger Zeit schon in unserem Unternehmen, seit 2016, um genau zu sein. Und wissen Sie, das gefällt mir. Mir gefällt die Tatsache, dass die Firma mir viel Erfahrung gibt, viele Kenntnisse, viele Neuigkeiten. Sehr wahrscheinlich würde ich diese Kenntnisse anderswo nicht bekommen können. Vielleicht gäbe es eine kleine Chance, dass ich das auch ohne die Firma erfahren hätte. Aber hier war es besser. Dass Sie hier sind und sich dieses Training anschauen, kann ich mir feststellen, dass Sie hier sind, um zu wachsen, weil Sie etwas mehr erfahren wollen, was Sie dabei unterstützt, sich als Leader zu entwickeln. Vielleicht wollen Sie den Rang des Präsidenten in unserer Gemeinschaft erreichen oder vielleicht wollen Sie eine riesige, große Firma schaffen, lokal oder international. Vielleicht wollen Sie die Herzen einer großen Menge von Menschen erreichen. Vielleicht wollen Sie das Leben dieser Menschen verbessern. Vielleicht fehlt Ihnen ein bisschen an Informationen dafür. Und vielleicht sind Sie eben deshalb hier, weil Sie eine bessere Version von sich selbst werden wollen, weil Sie bessere Ziele, höhere Träume erreichen wollen. Dafür ist das Lernen unentbeirrlich. Man muss sich selber erneuern. Man muss neue Informationen schöpfen. Die Welt, wie sie sich entwickelt, die Welt um uns herum, ist schon wichtig. Wir müssen uns Studenten, lebenslange Studenten nennen. Wissen Sie, in dieser Welt kann man immer etwas dazulernen. Man kann immer etwas testen, spüren. Es gibt nie Situationen, wo man sagen könnte, ich weiß alles, ich kenne alles, ich brauche keine weiteren Erfahrungen, ich bin über alles informiert, ich habe alles Notwendige, um das zu sein, was ich sein will. Wenn wir offen sind, wenn wir uns entscheiden, fortzumachen, fortzufahren, fortzusetzen, selber was dazuzulernen. Und wenn das ein unentrennbarer Teil Ihres Lebens wird, dann können Sie wachsen, dann können Sie sich entwickeln, dann können Sie Ihre Kompetenzen ausbauen in verschiedene Richtungen. Das ist das, was ich mit Ihnen besprechen will. Das heutige Programm beinhaltet die Antwort auf die Frage, warum wir Bildung brauchen. Dann werden wir Ihnen Informationen liefern über die Trainingsprodukte, Programme von Everich und der Akademie für privaten Investoren. Tatjana Turkova wird Ihnen all die Produkte vorstellen, die von der Akademie für privaten Investoren angeboten werden. Wie immer stelle ich die Frage, praktisch an alle, praktisch an alle, die ich treffe, neue Partner, neue Kunden oder sogenannte potenzielle Kunden. Ich stelle täglich diese Frage, was wollen Sie in diesem Jahr erreichen? Was sind Ihre Ziele in Ihrem persönlichen, privaten Leben, im geschäftlichen Leben, im Bereich Liebe? Wir alle müssen Ziele haben, denn wenn man keine Ziele hat, dann hat man auch keine Motivation, dann hat man nicht genug Eifer, um jeden Morgen fit aufzuwachen, um zufrieden zu sein damit, was man so macht. Also man hat keine Begeisterung. Wir wissen dann nicht, welchen Weg wir einschlagen und deshalb müssen alle auf diesem Planeten Ziele haben. Kleine, mittelfristige, längerfristige und fragen Sie sich, welches Ziel haben Sie? Wenn wir von der geschäftlichen Welt sprechen, von der finanziellen Welt, dann würde ich Sie fragen, welche Ziele haben Sie in Verbindung mit dem Business? Was wollen Sie in unserer Gemeinschaft erreichen? Viereinhalb Monate haben wir noch bis Ende des Jahres. Wie wollen Sie das Jahr abschließen? Genauso wie begonnen oder schlechter oder doch besser? Ich glaube, die beste Antwort und die schönste Antwort wird sein, besser, besser, als das Jahr begonnen wurde. Wir wollen mehr erreichen. Wir wollen mehr spüren. Wir wollen etwas erreichen. Wir wollen Finanzziele umsetzen, die noch besser sind, noch größer sind als das, was man hat. Haben Sie einen Plan? Haben Sie Ziele? Wissen Sie, was Sie tun müssen, um zu diesen Zielen zu kommen? Wissen Sie, welchen Weg Sie gehen müssen, um die Informationen zu finden, um bestimmte Erfahrungen zu erwerben, mit wem man spricht, wohin man sich begibt, welche Bücher man liest, welche Veranstaltungen man besucht? Dieses Training widmet sich dem Produkt. Denn ich bin der Meinung, damit wir besser werden, damit wir besser Ziele und Ergebnisse erreichen, müssen wir besser in allem werden. Und es ist überhaupt nicht ausreichend, wenn man mit den Kenntnissen auskommt, die wir am Anfang des Jahres haben. Also mit denselben Kenntnissen kann man das ja nicht abschließen, wenn man überhaupt hofft auf Erreichen der besseren Ergebnisse. Wissen Sie, wir können nicht jedes Jahr hoffen auf das Erreichen besserer Ergebnisse, anderer Ergebnisse. Um unser Leben zu verändern, um unseren Lebensstandard zu verändern, um Erfahrungen zu bekommen, um unsere Träume in die Füllung gehen zu lassen, müsste man andere Ziele festlegen. Man sollte eine bessere Version von sich selbst werden. Wissen Sie, man sollte sich Gedanken machen über viele Sachen, Selbstentwicklung, Selbstbildung, wenn man konkret zu Evorisch was sagt. Um hier Erfolg zu haben, muss man Leader sein. Man muss eine Art Mentor oder Coach werden. Man muss einer werden, der andere nach sich kommen lässt. Denn wenn uns niemand folgt und wenn niemand von uns lernt, entwickelt man sich wenig. Fragen Sie sich, sind Sie gut genug? Sind Sie ein guter Leader, um das Land anzuführen, haben Sie alles, um ein guter Leader zu werden? Wenn man über die Ziele unserer Gemeinschaft spricht, zum Beispiel Karriereleiter, die wir haben. Und ich hoffe, Sie haben das schon gesehen in unserem Kundenkonto. Was ist Ihr Ziel für dieses Jahr? Auf welcher Stufe wollen Sie in diesem System sein? Eine Stufe höher, zwei Stufen höher? Wie viel Geld würden Sie verdienen wollen? Wie viel Geld würden Sie verdienen wollen, um das zu erreichen, was Sie wünschen? Etwas passiert jetzt. Moment. Also, um das zu bekommen, wovon Sie träumen. Vielleicht wollen Sie in Urlaub gehen mit Ihrer Familie oder vielleicht wollen Sie ein neues Auto kaufen. Vielleicht wollen Sie die Kinder in eine bessere Schule schicken. Können Sie das jetzt machen? Wenn nicht, dann wann? Was müssen Sie dafür tun? Welche Handlungen müssen Sie vornehmen, um das zu erledigen? Denn Geld an sich reicht nicht. Man kann 10.000 verdienen oder 20 oder 30. Das ist nicht mal ausschlaggebend. Denken Sie daran, was Sie in Ihrem Leben machen wollen. Was Sie alles machen, wenn Sie das Geld besitzen. Und dann rechnen Sie durch. Schauen Sie auf die Zahlen und finden Sie auf der Karriereleiter die Position, die Sie innehaben müssen, um zu dem besagten Betrag zu kommen. Wenn Sie das nicht wissen, dann schauen Sie auf die Beträge unter jedem Rang. Agent oder Manager. Da sind etwaige, mögliche, infrage kommende Summen, Beträge, die Sie monatlich verdienen können. Das bedeutet nicht, dass Sie als Agent nur 52.000 Unit verdienen und wenn Sie Konsultant werden, dass Sie zwischen 300.000 und 5.000 verdienen. Wenn Sie Agent sind und das Business konstant entwickeln mit derselben Gruppe von Menschen, mit derselben Einkäufen, dann würden Sie im Schnitt landen bei zwischen 55.000 und 2.000 Unit im Monat. Währenddessen ein Manager sehr wahrscheinlich zwischen 1.000 und 30.000 Unit verdient. Also es ist alles abhängig von Ihrer Aktivität, von der Aktivität Ihrer Partner. Aber wie sollte man diese animieren zu aktiveren Handlungen? Wie sollte man sie veranlassen zu mehr Arbeit? Wenn Sie ein guter Leader sind, wenn Sie motivieren können, wenn Sie Ihre Menschen begeistern können, wenn Sie wissen, wie das geht, wenn man diese Menschen zur Begeisterung bringt, dann wissen Sie, was getan werden soll. Sie müssen immer ein Schritt im Voraus sein und dafür muss man lernen. Man muss neue Informationen schöpfen, denn wenn Sie auf Top Leader unserer Firma schauen, unser Generaldirektor hat an der Universität studiert. Armand Murnings hat auch studiert, aber nachher hat er verschiedene Aufbaukurse belegt. Ich habe auch viele, viele Kurse besucht und ich höre nie auf zu lernen, denn ich weiß, ich muss immer ein Schritt im Voraus sein mit meinen Partnern. Sie müssen mir folgen, ich muss Sie begeistern. Also überlegen Sie sich Ihre Ziele und jetzt lasst uns sprechen über die Trainings, die Ihnen dabei helfen sollen, diese Ziele zu erreichen. Diese Trainings, auf die Sie besondere Acht geben sollten und die Acht Ihrer Partner. Denn wissen Sie, neue Partner, die in das Business einsteigen, Sie werden bestimmte Veränderungen sehen, erleben, Veränderungen in Ihren Gedanken, in Handlungen, in Gewohnheiten. Denn in unserem Business schaffen wir Gemeinschaften von Gleichgesinnten, die an sich selber glauben, an ihrer Kraft, dass sie viel machen können, an die Kraft, an die Power der Menschen. Und wir müssen diesen helfen, diese gewünschten Informationen zu erhalten. Und je schneller Sie das erhalten, desto besser wird es sein für uns alle. Also die Trainings sind die Geschichten, die potenziell helfen können. Was muss Ihren Partnern erzählt und erläutert werden? Das ist die Business-Präsentation, die Firmen-Präsentation Average. Die kann gefunden werden im Kundenkonto Average. Sie gehen hinein, Sie finden Partnerinstrumente. Das ist auf der linken Seite. Business-Präsentation. Und das ist für alle, für diejenigen, die im Business sind und für diejenigen, die noch nicht lange Zeit mit uns sind. Das ist also etwas für Menschen mit dem Rang zwischen Nutzer und Kunde. Was erfährt man bei diesem Training? Man lernt Cashflow-Quadrant kennen. Man lernt, wie man aus der Gruppe Angestellte in die Gruppe Investoren umsteigt. Die ersten Handlungen, wie erstattet man die Duplikation? Was gilt als erstes zu machen, wenn man in diesem Geschäft schon ist? Die Einkommenspläne, Möglichkeiten der Partnerschaft, neuntägige Pläne, darauf folgende Schritte und so weiter und so fort. Ganz einfach, Basisinformationen, die innerhalb einer Stunde angeboten werden und schneller vielleicht, es kommt auf die Anzahl von Fragen an, die das Publikum hat. Das können Sie eins zu eins machen mit Ihrem Partner oder mit einem kleinen, vor dem kleinen Publikum. Oder Sie können sich anschauen, wann in Ihrer Region diese Präsentation angeboten wird. In Australien wird das unter Berücksichtigung ihrer Zeitzone gemacht und hier und so weiter. Diese Business-Präsentationen, Firmen-Präsentationen werden sowohl online als auch offline durchgeführt. Wir wissen in der aktuellen Situation nicht, wo das offline momentan stattfindet. Aber solche Länder gibt es auch. Erst das nächste Programm, der nächste Schritt, auf den Sie konzentriert werden müssen, das ist das Training millionenschwerer Partner. Das ist etwas, was Sie für sich berücksichtigen müssen, wenn Sie das noch nicht getan haben. Oder Sie müssen Ihre Partner dorthin schicken, wenn Sie MLC-Business entwickeln wollen. Da werden schon ordentlichere Themen und zwar tiefgreifender erlernt. Man spricht dort zum Beispiel über die Zielsetzung. Wir betrachten viel detaillierter, wie man sich Ziele setzt. Wir sprechen über die Rangposition. Wir sprechen über die Kraft der Teamarbeit. Wir sprechen über endlose Kontaktliste, über die Promotion. Wir sprechen über das Zeitmanagement. Das ist ein Thema, das besonders wichtig ist für diejenigen, die noch jeden Tag arbeiten gehen müssen. Das heißt, wo Sie zur Arbeit gehen und wo Sie am Ende des Tages noch versuchen, zusätzliche Einnahmequellen in diesem Business zu schaffen. Sie müssen ganz genau wissen, wie Sie Ihre Zeit unter Kontrolle halten. Das ist ein System von Begegnungen und Treffen, Behandlung von Einwänden. Das ist ein ziemlich klares und einfaches Training, das auch nur 136 Minuten dauert. Wir empfehlen dieses Training den Partnern, die schon den Rang des Konsultanten besitzen, also bis zum Rang des Konsultanten angesiedelt sind. Das heißt, Sie müssen nicht warten, bis die Gruppe komplett ist, wann das Training stattfindet. Das sind vorab aufgenommene Trainings. Es gibt Arbeitshefte mit Aufgaben. Beim Zuhören müssen Sie auch bestimmte Aufgaben erledigen. Es ist also ein Training für diejenigen, die erst angefangen haben in diesem Business und die verstehen wollen, wie das tickt, wie das funktioniert und wie das organisiert werden kann. Das nächste Thema ist MLCI Pro. Das ist eine neue Version von Meister Profi. Im Jahr 2014, zwischen 2014 und 2018 hatten wir dieses Training. Das ist eine neue Version, neue Variante von unserem Training. MLCI Pro wird entziffert als Training für Profis, Professionelle. Dieses Training ist an diejenigen adressiert, die zu 100 Prozent im Geschäft involviert sind, die ihr Leben ohne dieses Business sich gar nicht vorstellen können. Das zählt auf die Menschen, die kommen und die dieses Training mitmachen wollen, die Leader werden wollen, die das Land oder die Länder nach oben entwickeln wollen. Das sind Menschen, die sich entwickeln wollen im geschäftlichen Leben. Also es sind alles Menschen, die bis zum Ende gehen werden, koste es, was es wolle. Trotz der Schwierigkeiten und Probleme werden sie mit dem Unternehmen dabei sein und mit uns. Wir haben acht Sessionen insgesamt, je zwei in der Woche. Die Gesamtlänge vier Wochen, also das umfasst einen Monat. Und bei diesen acht Sessionen sprechen wir über solche Themen wie Evolution im MLCI, Business-Einstellung zum Erfolg. Wir sprechen über Blockchain, UGP und Fintech. Wir sprechen über Aktiva, über verschiedene Innovationen, also über all das, was mit Technologien verbunden ist, all das, was uns zur finanziellen Freiheit führt. Das ist auch eine total hervorragende Bildungseinheit, eine total hervorragende Session. Grundlagen des Investments, der Investitionen, all das hilft ihnen dabei, die finanzielle Freiheit in den Blick zu bekommen. Das sind grundsätzlich geläufige Informationen, aber wenn man sie praktisch erlebt, verändert sich das eben viele. Wir sprechen über die Grundlagen einer erfolgreichen und reichen Persönlichkeit. Wir sprechen über Grundlagen einer erfolgreichen und reichen Persönlichkeit, Transformation, Verkaufstrichter und, und, und. Alles ist damit abgedeckt, wir können besser verstehen, was wir können, wie wir der Mensch werden, Leader in diesem Business, ohne von einem Projekt zum anderen zu springen, von einer Firma zu der anderen. Was und warum gemacht werden muss, warum und wieso sie hier sein müssen. Das ist auch ein ganzes Training, dazu gehört ebenfalls die Online-Komponente. Nichts ist im Voraus aufgezeichnet, wobei die Aufnahme später zu haben ist, also sich anhörbar ist, nach Abschluss des Trainings erhalten sie ein Zertifikat. Und das Zertifikat ist aus meiner Sicht sehr wichtig, denn es ist ein Beweis für sie, dass man bereit ist, dass man weiß, wie grundlegende Informationen aussehen, wichtige Informationen dafür, dass ich den nächsten Schritt tue. Also das Zertifikat eröffnet Türen für vieles andere, was in unserer Gemeinschaft zugänglich ist. Die Gesamtkosten betragen 2.500 Units, aber sie können diesen Kurs erwerben für 1.000 Units. Wie ich bereits sagte, ist das für diejenigen, die komplett in das Geschäft involviert sind, für aktive Partner vom Rang des Konsultanten und höher. Wir schließen aber auch nicht die Menschen aus, die erst eben hier angefangen haben. Sie können auch dieses Training MLC Pro erwerben. Vielleicht haben sie irgendwelche Erfahrungen und sie können vielleicht auch sofort beginnen. Sie können gleich weiter bohren, tiefer bohren. Und sie können vielleicht dieses interaktive Training abschließen in Verbindung mit der Erfüllung von vielen, vielen Aufgaben. Das ist wichtig, um sich auf größere Schritte vorzubereiten. Wie ich bereits sagte, umfasst die Dauer des Trainings einen Monat. Wir arbeiten hier mit Zoom und mit GetKurs und das sieht aus wie eine Online-Übertragung. Sie müssen Zoom und GetKurs haben. Diese Plattformen sind die beste Lösung für alle. Die Menschen können Aufnahmen bekommen. Sie können das sehen mit dem entsprechenden Ansatz. Wenn Sie größere Schritte nach diesem kleinen Unternehmen wollen, erhalten Sie Bonus. Und dieser Bonus heißt millionenschwerer Partner. Ich habe Ihnen schon etwas früher erzählt. Sie können das im eigenen Tempo sich anschauen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Preise, die verlost werden während unserer Trainings. Das sind wertvolle Produkte, Geschenke und so weiter und so weiter. Das ist einfach einmal zu Ihrem Verständnis, dass Sie verstehen. Es gibt verschiedene Kriterien. Das ist das erste Training. Sie sehen, es gibt einige Kriterien. Also man kann der Erfolgreichste sein. Oder das kann für diejenigen interessant sein, die die besten Umsätze organisiert haben. Wissen Sie, kleine Geschenke, aber immerhin eine gute Motivation, damit Sie als guter Zuhörer dastehen. Nicht als Beobachter irgendeines Trainings, eines weiteren Trainings oder Kurses. Aber dass Sie den Wert dessen verstehen. Das ist, glaube ich, eines der Potenziale des Erfolgs. Aber die Dinge sind ein Schlüssel zum Erfolg. Ein weiterer Bonus darüber hinaus. Das ist ein Bonus direkt von André Havratov. Das werden wir uns später betrachten. Wichtig ist, Ihre E-Mail, die Sie angeben, im Kundenkonto muss aktuell sein. Denn wir sammeln und versenden Informationen. Dafür brauchen wir Ihre E-Mail und Telefonnummer. Die E-Mail muss erneuert werden. Dafür müssen Sie einen Link bekommen. Wenn Sie nicht aktuelle Informationen haben, kann es zu der Situation kommen, wo Sie den Support anfragen werden mit den Beschwerden, warum Sie die Information angeblich nicht erhalten haben. Sie bekommen mit Sicherheit notwendige Kenntnisse, um Profi bei MLCI zu werden. Sie werden die Umsätze des Businesses steigern und demnach auch Ihre Einnahmen. Sie werden es lernen, die Kenntnisse an Ihrer Partner zu vermitteln. Denn dort gibt es Partner. Sie müssen die einen oder die anderen Kenntnisse einsetzen in der Praxis. Und durch diese Erfahrungen für Sie können Sie diese Informationen für andere oder an andere übermitteln. Wir sind hier, um Theorie und nicht nur Theorie zu lernen, sondern auch die Praxis. Erfahrungen hat man, wenn man arbeitet. Sie können also Trainer werden, Mentor und Sie bekommen noch Zugang zu den freien Stellen in der Gemeinschaft. Die Zertifikate sind einfach Zeugnisse, dass Sie entsprechende Funktionen ausüben können. Sie bekommen bei grundsätzlich Sie bekommen grundsätzlich immer vor Recht. Wo findet man die Informationen? Sie gehen zu Average und Sie finden auf der rechten Seite die Auflistung von Trainings Average, MLC Pro, UGAIN, Training Millionen schwerer Partner und Synergie des Erfolgs. Über die Synergie des Erfolgs spreche ich ein wenig später. Ich wollte noch eine Klärlichkeit Ihnen mitteilen. Ich habe meine Folien nicht aktualisiert. Wenn Sie aber nach Average gehen und auf Training MLC Pro drücken, statt eine Variante zu sehen, werden Sie einige unterschiedliche Produkte sehen und merken. Das eine ist MLC Pro mit dem kompletten Preis zweieinhalb Tausend, der aktuelle Aktionspreis eineinhalb Tausend. Das nächste, was Sie im Backoffice sehen können, sind Mentorsessionen. Sechs Stück, zweimal im Monat. Drei Monate dauert es an. Jede Session dauert zwischen eine und eineinhalb Stunden. Also ich würde sagen maximal eineinhalb Stunden und der komplette Preis beträgt 600 Units. Aber aktuell können Sie das erhalten für 450 Units. Dabei können Sie ein Zahlungsziel beantragen für drei Monate. Also Sie können 150 pro Monat bezahlen. Sie bekommen aber Zugang zu Mentorsessionen nur unter der Voraussetzung, dass Sie MLC Pro erworben haben. Denn diese Sessionen sind verbunden thematisch und insgesamt content technisch. Wir werden jedes Thema ein bisschen genauer anschneiden. Sie können das Paket Mentoring auswählen. Das nächste Produkt ist Leader Paket MLC Pro. In der Regel kostet so ein Paket 3.100 und im Moment haben wir das Angebot 1.800. Dazu gehören sechs Sessionen mit Mentoren, sechs Stück, die dem Training folgen. Und der komplette Preis beträgt 3.800. Aber Sie können aktuell den Aktionspreis nehmen 1.800. Also in der Tat sparen Sie 40 Prozent oder 1.300. Ich glaube, das ist ein durchaus gutes Angebot für diejenigen, die MLC Pro genießen wollen, um von den Besten zu lernen. Denn diese Sessionen werden selbstverständlich von Leadern der Firma angeführt, vielleicht vom CEO oder Ambassador unserer Gemeinschaft und lokalen Leadern. Sie alle haben ganz große Erfahrungen. Sie haben das erreicht, was Sie heute haben. Sie haben etwas, was Sie mit anderen teilen können und wollen. Solche erstklassigen Angebote haben wir. Außerdem haben wir Bildungspakete Average in unserem Kundenkonto. Wir haben vier verschiedene Konten. Der erste Level hat das Minimum Informationen an Bord beim obersten Level geht es um 42 Themen. Da sind die Themen aufgeteilt in allgemeine Selbstentwicklung, Business. Sie können sich die Pakete anschauen und die meisten Themen sind schon vom MLC Pro abgedeckt von den Angeboten der Akademie. Viele der Themen sind von Leadern einzeln aufgenommen, aufgezeichnet und jetzt bekommen Sie Zugang paketweise in Zukunft werden diese Trainings einzeln angeboten. Das ist toll. Wir arbeiten daran, sobald die aktualisierte Vision vom Kundenkonto da ist, werden wir das auch einzeln anbieten können. Die verschiedenen Ebenen haben auch einen anderen, einen unterschiedlichen Preis zwischen 200 und 3000 Unis. Wenn Sie natürlich Wabank gehen wollen, entscheiden Sie sich für Level 4. Da müssen Sie nicht warten, bis die Gruppe zusammenkommt. Sobald Sie das Training gewonnen haben, bekommen Sie Zugang zu allen Themen, zu allen Trainings und Sie können anfangen zu lernen, selbst autodidaktische Bildung vorzunehmen. Ich denke, es ist eine gute Firma, ein gutes Produkt und die hervorragende Philosophie und die Mission einerseits. Andererseits, was noch gefällt, da sind Partner, Partner und Leader, Menschen, die sich damit beschäftigen, das Business nach vorne zu bringen und zu da sind Menschen, die sich der Gemeinschaft angeschlossen haben und die Produkte des Unternehmens sozusagen propagieren. Ich glaube, damit können wir ein ganz großes Geschäft aufbauen, denn wenn das nicht vorliegt, wird das Geschäft langsam, aber sicher dahin sterben und in irgendeinem Moment verschwindet, denn es wird keine Kunden geben, die die Produkte kaufen, demnach wird es auch nicht die Firma geben, die die Produkte liefert. Es gibt keine Leader geben, die daran interessiert wären, diese Produkte zu vertreiben und dann haben wir die A-Situation, weniger Registrierungen, weniger Umsatz, weniger Registrierung, weniger Auszahlungen, Einnahmen und dann verschwindet die Firma. Aber wir wollen nicht, dass das unserer Firma passiert. Unsere Firma hat alle Zutaten für den Erfolg. Wir haben eine gute Mission, gute Philosophie, Leader, Produkte, Projekte, wie ich bereits sagte, haben wir ganz hervorragende Leader, wir haben tolle Partner, wir haben unglaublich gute Kunden, die sich dem Business anschließen. Einige Kunden werden sogar aktive Business Partner. Also wir wollen das ausbauen, wir wollen mehr Möglichkeiten bieten den Menschen, damit viele sehen, was wir hier machen und tun, damit wir in der Situation B bleiben, wir immer 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 mehr Registrierungen haben, immer mehr Einnahmen und das Leben genießen. Aber man muss natürlich mit sich selbst beginnen, statt zu warten, dass jemand es für uns macht. Wir müssen das selber machen. Man muss sich anschauen und man muss sich fragen, wie kann ich besser werden, was kann ich lernen, welche Sachen kann ich machen, welchen Nutzen kann ich der Firma bringen. Ich will nicht unentschlossen dastehen, ich will arbeiten, ich will unterwegs im Einsatz sein, ich will ein Teil des Teams sein, das für das bessere Leben kämpft, um statt zu hocken und zu sagen, naja, es kommt so, wie es kommt. Wenn einer von Ihnen Kämpfer ist, wer ein besseres Leben will, wenn nach etwas Besserem strebt, wir müssen alle ins Feld gehen, wir müssen uns selbst aktivieren unsere Partner bestehenden neuen schlaffenden die Firma hat alle notwendigen Instrumente geschaffen und schafft viel mehr und glauben Sie, sehr bald haben wir viel mehr Produkte, die wir vermarkten können, mit denen wir unser Business aufbauen, aber man muss wie gesagt mit sich selbst beginnen, mit der Mentalität, mit der Denkweise, wenn wir es gemacht haben, dann können wir über Energie durch unsere Handlungen das an unsere neuen und bestehenden Partner übertragen und gerade hier schaffen wir hier den Schneeball-Effekt, wo wir immer größer werden und wo wir unsere Schnelligkeit aufstocken, aber man muss wie gesagt mit sich selbst beginnen und noch eine Erinnerung, bevor ich abschließe, es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Varianten, wie man Einkommenspläne organisiert, passive und aktive Partner haben ungefähr drei Annahmequellen und aktive bis zu vier, fünf, denn man kann nicht gleichzeitig Ambassador sein und Mitglied des lokalen Lederrates, also vier, fünf verschiedene Einnahmequellen hat man trotzdem. Es ist wichtig, dass wir alle Anteilseigner, Miteigentümer der Firma sind. Je länger wir im Business sind, desto mehr Provisionen verdienen wir sowohl aus dem Netzwerk als auch übereinstimmend mit dem Loyalitätsprogramm und dem Profibonus, denn gerade wir, glauben Sie mir oder nicht, gerade wir entscheiden über die Ergebnisse der Firma. Wenn Sie die Zahlen sehen und diese unsympathisch sind, sind wir mitunter dafür verantwortlich, denn wir sind nicht nur Partner, wir sind Miteigentümer und im nächsten Monat müssen Sie zehnmal so viele Bemühungen an den Tag legen und mit der fleißigen Arbeit machen Sie nicht gut, etwas Gutes nicht nur für die Firma, sondern auch für sich selbst. Sie haben Loyalitätsboni, aber auch Auszeichnungen übereinstimmend mit dem Profibonus, weniger Loyalitätsboni und, und, und. Und deshalb schauen Sie sich diese Möglichkeiten an und entscheiden Sie sich, wollen Sie ein passiver oder aktiver Partner sein, zeigen Sie diese Varianten auch Ihren Partnern. Jetzt möchte ich das Wort an Tatjana weiterleiten. Tatjana Turkova wird Ihnen erzählen über die Angebote der Akademie für Privatinvestoren. Guten Tag, meine lieben Freunde, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Sagen Sie mir zunächst, ob ich gut zu sehen, zu hören bin. Schreiben Sie wieder Pluszeichen im Chat, wenn Sie mich gut hören, verstehen oder dann von eins bis zehn. Ich warte, ich sehe hier lauter Pluszeichen, also man sieht und hört mich. Liebe Freunde, ich möchte Sie begrüßen. Jetzt sprechen wir über die Kurse, die die Akademie für Privatinvestoren Ihnen anbietet. Mein Name ist Tatjana Turkova, ich bin Methodikerin in der Akademie, ich bin Privatunternehmerin und auch Moderatorin des Spiels Genie der Finanzen seit 2017. Lasst uns übergehen zu der nächsten Folie und lasst uns über die Akademie sprechen und über die Kursangebote. Die Akademie bietet Kurse an, die mit der Verwaltung eigener Finanzen verbunden sind, mit den Investitionen, also alles um das Geld herum, wie man es auch bewahrt, wie man es vermehrt. Ich bin davon überzeugt, alle werden mir recht geben, dass dieses absolut für jeden wichtig ist und das ist unentbehrlich für einen jeden Menschen. Gerade das, wie man das Geld vermehrt, wie man sicherstellt, dass die eigene Zukunft gut aussieht und die Zukunft der Nächsten, das ist für jedermann wichtig und gerade diese Kenntnisse können Sie bei der Akademie schöpfen. Wichtig ist, dass Sie hier nicht nur Kenntnisse schöpfen, sondern es lernen, diese anzuwenden. Die Anwendung beschert uns das Ergebnis, das wir uns wünschen. Es ist sehr bequem, diese Schulung zu machen. Sie können aus jeder Ecke des Planeten abschließen und egal zu welcher Zeit. Die Dozenten der Akademie sind Profis und Praktiker, genauso wie Andrei Kavratev. Andrei Kavratev ist die Person, der Akademie vor zehn Jahren ins Leben rief. Ich glaube, Sie kennen ihn alle ausnahmslos und die jenigen, die von ihm noch nicht alles wissen, können das nachlesen. Er ist Praktiker mit 20 Jahren Praxis im Bereich Investitionen. Sämtliche Kollegen aus der Akademie sind Praktiker. Sie geben ihnen Informationen, die sie schon selber ausprobiert haben und die mit einem guten Ergebnis auskommen. Die Kenntnisse, die hier anwenden, können sie gleich anwenden. Sie können ihre Aktive zusammen bekommen und davon haben sie natürlich einen Zuwachs ihrer Kapitale und Einnahmen. Ich erzähle über den Kurs, der neulich erst gestartet wurde. Der Kurs nennt sich Professionell Investor erster Kategorie Meister Profi Ich kann Ihnen nur sagen, der Name spricht für sich Professioneller Investor. Das bedeutet, der Mensch ist ein Profi im Bereich Investment. Und was bedeutet das? Sie werden Profi und Sie können mit Sicherheit Ihre Mittel so gut verwalten, dass diese Ihnen Ertrag bringt. Ihr Kapital wird sich vermehren, wird Ihnen mehr Einkommen bringen. Dieser Kurs vereinheitlicht alle Kenntnisse zum Finanz- und Investitionsmarkt. Sie werden alles über die Marktteilnehmer erfahren, über die professionalen Investoren, über Brocker, Dealer und so weiter, wie man mit ihnen arbeitet und so weiter und so fort. Sie werden alles erfahren über Wertpapiere und sonstige Sachen, wie man verschiedene juristische Momente bearbeitet. Wofür ist es notwendig? Damit Sie Ihr eigenes Portfolio zusammenstellen können, damit es optimal ausfällt, damit Sie maximale Einnahmen haben mit minimalen Risiken. Ich glaube, alle wollen das lernen. Das ist in der Tat nicht kompliziert. Sie müssen dem Zeit schenken und Sie müssen sich da auskennen und Sie sind überhaupt nicht einsam in den Chats bei persönlichen Begegnungen. Im Zoom können Sie alle Fragen stellen und es wird Ihnen alles erklärt. Es wird erzählt, wie man alles richtig macht. Wie gesagt, das Lernen ist nicht schwer, bloß Ihre Zeit ist erforderlich. Das gewährt Ihnen ganz breite Möglichkeiten in der Welt von Investitionen. Nach dem Erlangen der Kategorie Qualifizierte Investor bekommen Sie Zugang zu Investitions Instrumenten, die den breiten Publikumsmassen nicht zugänglich sind. Und was bedeutet das? Ich glaube, Sie Anspruch nehmen können. Es ist einfach lukrativ. Dementsprechend können Sie aktiver aufnehmen, die für Sie interessant erscheinen. Und Ihre Einkünfte werden zunehmen. Hier ist alles logisch und klar. Denken Sie dran, liebe Freunde. Mehr noch, Sie können den Beruf des Brockers erlangen. Vielleicht wird das für jemanden ein neuer Beruf sein oder eine Stufe zum weiteren Aufstieg. Und der Beruf des Brokers ist etwas, was heute von Interesse ist. Das ist ein gefragter, hochbezahlter Beruf, also hochdotierter Beruf. Sie können gutes Geld verdienen und dann können Sie dabei noch aktiver erstellen. Was haben Sie noch von diesem Kurs? Nach dem Erlangen des Zertifikats, nach dem Erlangen der Kenntnisse, sind Sie in der Lage, Ihre Limits im Average Ökosystem zu erhöhen. Sie können bis zu 500.000 Units Ihre Limits erhöhen und Sie können zusätzlich noch 80% zum persönlichen Profi-Bonus. Ganze 80% Plus bekommen Sie. Ich glaube, es ist überhaupt nicht schwer auszurechnen, wie wesentlich Ihre Einnahmen steigen können. Die Preise der Kurse sind aktuell ganz günstig. Der komplette Preis von 5.000 wird heute viel günstiger angeboten. 710 Units bezahlen Sie. Dieser spezielle Preis gilt bis zum 1. Oktober. Aber liebe Freunde, ich möchte einen Moment hervorheben. Sie bekommen gegebenenfalls ein Zertifikat vor der Akademie für Privaten Vestoren. Allerdings können Sie dabei noch ein staatliches Zertifikat erlangen nach dem Ablegen einer Prüfung in Moskau. Das betrifft momentan nur das russisch sprachige Auditorium, denn die Prüfung muss offline abgelegt werden, also die Tests müssen in russischer Sprache abgelegt werden. Wenn Sie dieses Zertifikat bekommen wollen, dann müssen Sie im Auge behalten, dass die Prüfungen im September abgelegt werden. Bis Oktober spätestens müssen Sie das tun. Je früher Sie beginnen mit dem Lernen, mit dem Studium, desto mehr Zeit haben wir für Prüfungen, für positive Ergebnisse. Also, liebe Freunde, ungeachtete Tatsache, dass der Preisnachweis bis zum 1. Oktober Gültigkeit hat, können Prüfungen diejenigen ablegen, die den Kurs früher erwarben und die bis dahin sämtliche Informationen aus dem Kurs erlernt haben. Liebe Freunde, ich empfehle Ihnen, dass Sie sich sämtliche Pluspunkte anschauen und die richtige Entscheidung treffen. Seit über 50 Personen sind schon dabei, die Schulung an der Schulung teilzunehmen. Man sieht da einen deutlichen Vorteil drin und man bereitet sich auch Prüfungen vor. Wenn wir etwas wollen, jederzeit, wenn wir etwas mehr wollen, müssen wir eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung, die uns dazu bringt, dazu führt. Um etwas zu erreichen, müssen wir wissen, wie das geht, wie das funktioniert, vereinfacht gesagt. Und der Kurs gibt Ihnen die Kenntnisse, wie man das macht. Wenn Sie diese Kenntnisse anwenden, werden Sie sehen, wie Ihre Einnahmen sich vergrößern. Liebe Freunde, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Achten Sie bitte auf diesen Kurs. Und jetzt sprechen wir über die Kurse, die bereits früher gestartet wurden in der Akademie, die auch heute funktionieren und die Sie für sich auch heute auswählen können. Bitte die nächste Seite. Genie der Finanzen, das ist ein Business Simulator. Ich glaube, viele kennen das mittlerweile ganz gut. Das ist ein Simulator, der wie ein Spiel gestaltet ist. Wir verstehen, dass Informationen viel besser ankommen, wenn in spielerischer Form, wenn nicht einfach irgendwelche Vorlesungen angegeben werden, sondern eben der direkte Kontakt stattfindet unter Freunden, Bekannten und so weiter und so fort. So spielerisch kann man das viel besser organisiert werden. Dieses Trainierzeug ist so aufgebaut, dass man es anwenden kann im Kreis von Freunden, Bekannten und so weiter. Wenn aber dieses Training stattfindet unter Teilnahme eines qualifizierten Moderators, wenn ein qualifizierter Moderator an Bord ist, bringt es viel mehr, denn der Moderator ist ein Profi, der ganz viel weiß über die Investitionen, über die Instrumente, über die Berechnungsmethoden und natürlich kann er bessere Empfehlungen aussprechen. Er kann einen in die richtige Richtung schicken. Also der Kurs qualifizierter Moderator, ich erwähne ganz beiläufig, dass der Kurs angeführt wird von Tatjana Zhurav Lovar, sie ist Unternehmerin, Privatinvestorin und auch Moderatorin seit 2017, Leiterin der Trainings in Moskau, sie hat mittlerweile eine ganz große Zahl bereits moderiert, sie verfügt über kolossale Erfahrungen und sie weiß immer am besten, wie man das Training an sich organisiert, wie man Teilnehmer einlädt, wie man sie alle am Tisch organisiert, mit was alle ausgestattet werden müssen und und und. Also alles, was professionelle Angaben angeht, die es gibt um das Training herum, da sind Termini aus der Welt, Finanzinvestitionen, von denen es ganz viele gibt, da sind verschiedene Berechnungen, Bemessungen, wie man Kredite berechnet, Einnahmen vom Business, Anteile, Steuern und so weiter. Also ganz, ganz viele spezifische Informationen und all die Informationen, liebe Freunde, diejenigen, die sich entscheiden, Moderatoren zu werden, bekommen im vollen Umfang und sie können danach nicht einfach das Spiel spielen, sie können sehr bewusst mit wirklich, sie können mit Nachdruck ihre eigenen Investitionsportfolien erstellen, sie können Verhandlungen führen und so weiter und so fort, die Teilnehmer der Kurse erhalten diese Kenntnisse. Ich möchte noch sagen, dass diese Kurse noch über die Plattform GetKurs abgewickelt werden, dort gibt es Video, dort gibt es begleitenden Text, Aufgaben und und und. Also, sie sind zeitlich nicht limitiert, sie können lernen, so viel sie wollen, sie können sich Videos anschauen, Texte lesen und und und. Sie können sich vergewissern, dass alles gut ist und dann bestehen sie den Test, sie müssen die richtige Anzahl von Punkten erreichen und dann bekommen sie das Zertifikat. Neben dem Zertifikat erhalten sie noch eine Unterstützung von dem Unternehmen, sie werden nicht im Stich gelassen als Moderatoren, sie bekommen sie bekommen persönliches Lending, sie bekommen einen Verkaufs-Vertriebs-Trichter. Was bedeutet das? Nach Abschluss des Kurses können sie diese Trainings weitermachen, die Firma macht Werbung für sie als für einen professionellen Moderator und wenn sie diese kostenpflichtigen Trainings durchführen, haben sie eine gesicherte Einkommensquelle, eine zusätzliche und hinzu kommt, dass sie neue Personen kennenlernen, also sie sprechen mit diesen Menschen beim Training interessieren sich die Menschen dafür, wie man es organisiert, dass Geld Geld macht und man fragt, wie das geht, wie das funktioniert. Sie können alles anbieten, was sie wissen, sie können sämtliche Average-Systeme an den Tag legen, sie können alles erzählen und erklären und plausibel machen und man wird sie viel besser verstehen, man wird auf sie besser hören. Es handelt sich ja um den Aufbau des eigenen Teams und um den Aufbau der Umgebung. Das sind alles Menschen genauso wie sie. Das ist ja toll, liebe Freunde. Wir haben einen weiteren Kurs, qualifizierter Moderator, kostet ein bisschen günstiger, 150 Units, weil diesem Kurs der Karton selbst nicht beigefügt ist. Denn wir wissen, dass ganz viele von Ihnen bereits diese Spiele besitzen. Vielleicht haben Sie diese gekauft oder geschenkt von der Firma bekommen und Sie liegen einfach vor. Dann können Sie vom zweiten Angebot Gebrauch machen und Sie können diesen Kurs ein bisschen günstiger durchmachen. Sie erhalten dabei dasselbe wie beim ersten Kurs. Nächste Folie, bitte. Wenn Sie aktuell noch keine Absicht haben, als Moderator aufzutreten, vielleicht wenn Sie einige Male selber spielen, bekommen Sie Appetit darauf, aber momentan können Sie dieses Spiel, diesen Simulator erwerben, um mit Freunden, Bekannten, mit Ihren Teams zu spielen. Wir haben ein Paket, einen kompletten Kurs, der 525 Units kostet. Das ist nicht einfach ein Karton. Nein, es sind Schulungen, es sind zehn Themen zu Finanzen und Investitionen. Sie lernen die Basis, die Grundlage kennen, die dabei hilft, sich mit Investitionsthemen auszukennen. Sie werden weiterspielen, indem Sie völlig verstehen, was sich da abspielt. Ich möchte noch sagen, dass wir Preisnachlässe haben. Wir haben bestimmte Werbeaktionen, Sie sollten bitte die Informationen verfolgen und für die Teilnehmer des Clubs für private Investoren, also früher hieß er VIP-Club, also Sie können als Mitglieder dieses Clubs kaufen, Sie können das kaufen mit einem großen Rabatt. Wie man dem Kurs für private Investoren beitritt, erfahren Sie im Kundenkonto, Fragen bei Ihren Kollegen, alles ganz genau ausgewiesen. Nächste Folie bitte. Und noch haben wir, liebe Freunde, ein Sonderangebot, wenn die Moderatorin davon noch nicht gehört haben, diejenigen, die den Kurs belegten. Wir hatten eine ursprüngliche Version des Simulators aus dem Jahr 2017 und im vorigen Jahr wurde die erneuerte Version erstellt. Moderator Kurs hat in Übereinstimmung mit dem alten Spiel stattgefunden. Ich habe das 2017 gemacht, auch später haben Kollegen Kuse abgeschlossen. Jetzt haben wir ein Sonderangebot für Sie. Sie sollten für nur 125 Units den Aufbau Kurs machen, um die Kenntnisse im Bereich Investitionen aufzufrischen. Nichts bleibt konstant in dieser Welt, alles entwickelt sich und demnach braucht man konstant neue Kenntnisse, frische Kenntnisse und dieser Kurs gibt Ihnen die Chance Ihre Kenntnisse aufzustocken, zu erfrischen und ein neues Trainiergerät zu bekommen, einen neuen Simulator zu bekommen, also diese erneuerte, aktualisierte Version des Spiels. Wer noch nicht dieses Angebot in Angriff genommen hat, sollte das tun. Also nur 125 Units und Sie haben die neue Version und erneuerte Kenntnisse. Wir gehen weiter. Das nächste Thema, der nächste Kurs, den wir haben, sind persönliche Finanzen und Grundlagen des Privatinvestments. Das ist sehr umfangreich mit über 50 Stunden. Auch über Get-Kurs, Sie können den Kurs durchnehmen, so lange wie Sie wollen und zeitlich unbegrenzt. Diese Inhalte eignen sich sowohl für ganz neue als auch für die Menschen, die bereits eine Kenntnis erstanden, Besuch auf Investitionen haben. Diesen Kurs kann man erwerben, auch in Teilen. Achten Sie bitte auf die Möglichkeiten, die sich ergeben. Ich meine Boni und Preiss nach Wesse, es gibt. Wie Sie sehen, jetzt auf dem Bildschirm, auf der Folie, der komplette Preis beträgt 3.335 Units, aber bis zum 31. Oktober sparen Sie ganze 1.000 Units. Das ist das Geld, das man eigentlich investieren könnte, damit das Geld Ihnen zusätzliche Einnahmen beschert. Also achten Sie wieder drauf, nur bis zum 31. Oktober. Auch für die Teilnehmer für Privatinvestoren. Es ist immer günstig, der Teilnehmer des Grups für Privatinvestoren zu werden. Also sehen, für Sie kostet der Kurs nur 2.000 Units, also ganze 1.000 und mehr Units sparen Sie. Liebe Freunde, achten Sie darauf, das ist sehr wichtig. Gespartes Geld ist verdientes Geld, das Sie in Aktiva investieren können. Wie ich bereits sagte, kann man diesen Punkt in einige Teile bledern. Sie können entweder den kompletten Kurs in vollem Umfang erwerben oder Sie können den auch in Teilen kaufen, aufgeteilt in drei Module für Anfänger, für Fortgeschrittene und für ganz Erfolgreiche. Diejenigen, die Investitionen verstehen, die wissen, wie man Finanzen steuert, wie man das Ganze verwaltet, also man braucht nicht mehr die Grundlagenkenntnisse, um sich damit auseinanderzusetzen, was Sie brauchen, gehen Sie bitte in den, in das Kundenkonto bei der Akademie für privaten Vestoren. Sie sollten bitte nur den Modul nehmen, den Sie brauchen. Sie können alles gemeinsam zusammenkaufen, was natürlich günstiger ist, oder Sie können einfach Module erwerben. Wenn Sie den Test erfolgreich bestehen, bekommen Sie das Zertifikat für diesen Modul. Also es wird bestätigt, was Sie durchgenommen haben. Liebe Freunde, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf folgendes zuspitzen. Die Aktionspreise gelten, solange Sie da sind, lohnt es sich das Geld zu sparen und zu bewahren. Sie wissen, der Investor soll zunächst Mittel behalten und dann dafür sorgen, dass die Mittel sich vermehren. Wir gehen weiter und der nächste Kurs, den ich Ihnen vorstellen möchte, das ist der Kurs zur Redner Kunst. Diesen Kurs können nicht alle in Anspruch nehmen, sondern die Mitglieder des Klubs für private Investoren. Nur für sie eignet sich der Kurs. Er ist beschränkt, begrenzt. Achten Sie bitte auch darauf. Es gibt zwei Arten von einen Basiskurs und einen Erweiteren. Was ist die Redner Kunst und wofür ist sie gut? Redner Kunst wie die Kunst des Geldverwaltens ist jeder für jeden wichtig. Die Redner Kunst ist einfach die Kunst mit Menschen umzugehen, zu sprechen. Wir befinden uns ja nicht auf einer unbewohnten Insel. Um uns herum gibt es immer Menschen und Inabhängigkeit davon, wie wir mit denen uns verständigen können, hängt ab, wie wir da arbeiten. Dieser Kurs gibt die Fertigkeiten und die Kenntnisse, die einem erklären, wie man eins zu eins spricht, man mit einem kleinen Publikum spricht, 5 oder 10 Personen oder wie man ein ganz großes Publikum von 5.000 Personen anspricht. Dank diesem Kurs lernen sie ihre Reden aufzubauen, wie man sich verkauft, so dass man sie versteht, dass man sie hört. Wenn man auf sie hört, versteht man, was sie sagen wollten. Sie bekommen einen guten konstruktiven Dialog und der wird sie zum Ergebnis führen, den sie sich wünschen. Für MLCI Business ist es eine sehr, wichtige Geschichte, eine sehr wichtige Sache. Denn MLCI Geschäft ist das Können mit Menschen zusammenzukommen, sie mit Informationen so auszustatten, dass sie ihnen folgen. Also liebe Freunde, ich empfehle diesen Kurs insbesondere denjenigen, die drauf und dran sind, das MLCI Geschäft aufzubauen. Im Grundkurs bekommen sie Videos, sie lernen, sie trainieren, sie üben, ein ausgebauter Kurs Inhalt bietet ihnen die Chance, nicht nur selbstständig zu lernen, sondern sie haben Sessionen mit dem Dozenten. Der Dozent ist hier Igor Neh Neh so wie Batko, diejenigen, die ihn nicht kennen, können sich das anschauen. Sie können Informationen zu seiner Person im Internet finden. Der erweiterte Kurs beinhaltet auch persönliche Kontakte, Fragen und Antworten an arbeitender Gruppe, praktische Sessionen, also all die praktischen Erfahrungen und natürlich in Verbindung mit der Erteilung des Teilnehmerzertifikats. Also, liebe Freunde, achten Sie bitte auf diese Kurse, gehen Sie in Ihre Kundenkonten, schauen Sie unter Akademie für Privaten Investoren und finden Sie für sich etwas Passendes. Viele vergessen es, das Kundenkonto regelmäßig zu prüfen. Man fragt bei Freunden, bei Leaders, was sich ergeben hat in der Zwischenzeit. Liebe Freunde, ich empfehle Ihnen sehr, dass Sie regelmäßig das besuchen. Wie dem auch sei, nur die Kenntnisse, die wir im Leben anwenden, bleiben bestehen und bringen uns notwendige Ergebnisse. Verstehen Sie, niemand wird uns etwas bringen, solange wir unsere eigenen Handlungen nicht verantworten. Nur das, was wir machen, bringt uns ein Ergebnis. Wenn wir heute oder morgen und morgen das tun, was wir gestern machten, bringt uns keinen Erfolg. Nur neue Kenntnisse sind mit dem Erfolg liiert. Ich sehe hier eine Frage im Chat. Der Kurs Zertifikat für Investor ist mit digitalen Garantien synchronisiert oder sind das zwei getrennte Kurse? Und da werden Sie wahrscheinlich unterschiedlich getrennt. Können Sie bezahlt werden in USDU? Also schauen Sie mal. Die Kurse werden bezahlt übereinstimmend mit den Ergebnissen Akademie für private Investoren. Das ist ein separater Kurs. Diejenigen, die staatliches Zeugnis erlangen wollen, müssen nach Moskau kommen. Im September gibt es die Prüfung. Liebe Freunde, schauen Sie bei uns vorbei. Gehen Sie hinein und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich gebe das Wort an Annette. Annette, bist du mit uns? Tatjana, wir haben noch eine Frage aus dem italienischen Chat. Ob es diese Kurse geben wird, auch in italienischer Sprache? Professioneller Investor meinen Sie? Oder ist es nur für russischsprachige Partner? Liebe Freunde, passen Sie auf, wir machen alles dafür, damit dieser Kurs für alle da ist. Im Moment kann die Prüfung nur auf Russisch abgelegt werden und nur in Moskau. aber wir bereiten die sämtliche Datenbank vor, damit dieser Kurs in allen Sprachen vorliegt und somit für jeder Mann erreichbar. Sobald wir Kenntnisse haben, werden wir das Ihnen mitteilen. Verfolgen Sie unsere Nachrichten, alles kommt unbedingt. Keine Fragen an mich? Vielen Dank. Ich danke Ihnen und wünsche allen Vielen Dank. Klasse. Stellen Sie Fragen, falls Sie solche haben. Das ist sehr wichtig. Es ist wichtig, wenn man Fragen stellt, anstelle, dass man sich das Ganze nur anhört. Eben deshalb sind wir hier. Dafür sind wir da. Wir veranstalten eben deshalb Informations Veranstaltungen. Die sind ja nicht für uns, sondern für Sie. Und hier besteht durchaus die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen, wenn irgendwelche Bedenken bestehen. Also jetzt ist die beste Zeit, die Fragen zu stellen. Gehen wir über zum letzten Teil unseres Webinars, unseres Treffens. Bitte schön, die nächste Seite. Ich habe für Sie ein ganz, ganz wunderbares Angebot von unserem Unternehmen und das bieten wir schon einen ganzen Monat an. Vielleicht haben Sie das sogar schon gekauft und wenn nicht, dann möchte ich Ihnen erklären, was das für ein Angebot ist und warum ich es für ausgezeichnet halte. So, bitte die nächste Folie. also das Produkt Angebot, das ich schon erwähnt habe, das ist das Produkt Synergie des Erfolgs und das ist eine ideelle Kombination. Der Moment, wo wir schon über Akademie und Everage gesprochen haben, Synergie des Erfolgs ist ein Paket, wo vier in einem Verein sind, vier Komponenten in einem mit dem Gesamtrabatt bis zu 48%. Es geht hier um zwei verschiedene Variationen dieses Pakets. Schauen Sie sich das an, kaufen Sie das, erwerben Sie das und genießen Sie Kenntnisse und Informationen und dann teilen Sie diese Informationen mit Ihren Neulingen. Diese zwei Varianten von Paketen, Sie haben hier den Kurs für angehende Investoren von der Akademie, Sie haben hier das Spieltraining Genie der Finanzen, Trainings zur Entwicklung Ihres Business MLC und super Rabatt für Investitionsstocken World Crew von Global Unit BAG und also dieses kombinierte Paket gibt Ihnen ja, ich würde sagen, einen sehr soliden Konkurrenzvorteil für das Erreichen Ihrer gewünschten Ergebnisse und Ziele und zwar auf die sehr schnelle Art und Weise statt das Rad neu zu erfinden und zu denken, wie Sie gute Leader werden wollen und wie Sie ein großes Team zusammen bekommen, haben Sie das Angebot zur Verfügung, wo Sie alles lernen können. also Sie haben das vier in einem. Seien Sie bitte so gut und wechseln Sie zur nächsten Folie, Synergie des Erfolgs Standard. Was gehört dazu, was gehört zu diesem Set? Also zum einen, wir fangen in entgegengesetzter Reihenfolge an, ein Kurs für angehende Investoren von der Akademie für privaten Investoren mit einem Geschenk verbunden. Hierzu gehören verschiedene Themen, wie zum Beispiel acht Regeln des privaten Investors, Kapitalisierung, fünf Gebote des privaten Investors und so weiter und so fort. Ich denke, die Menschen, die ihren Weg finden wollen zur finanziellen Freiheit oder zur Unabhängigkeit, diejenigen, die verstehen wollen, wie man das eigene Leben unter Kontrolle bekommt oder die eigenen Finanzen, diejenigen, die ein Portfolio aufbauen wollen mit dem passiven Einkommen, diejenigen, die zusätzliche Einkommensquellen etablieren wollen, diejenigen, die verstehen wollen, wie das Geld funktioniert, brauchen diese Kurse. Die sind wirklich sehr grundlegend. Ich habe mir das Telefon angeschaut und ich habe dort einen interessanten Post gefunden. Ich bin stecken geblieben zwischen zwei Lösungen, zwischen der Entscheidung zu sparen und zwischen der Entscheidung, man lebt ja nur bekanntlich einmal. 90% der Menschen schweben in der Situation. Man spart das Geld entweder oder man entscheidet sich alles oder nichts. Ich will nicht zwischen diesen zwei Varianten leben wählen. Ich will nach meinem Szenario erleben, aber dafür muss man verstehen, welche Informationen die besagten 5% der Bevölkerung bearbeiten können. Wir wollen nicht nur verdienen, wir wollen auch das Geld für uns arbeiten lassen. Wie verdient man, wenn man nicht arbeitet? Sie schlafen, das Geld wird größer. Wie schafft man einige Einnahmenquellen das ist alles enthalten bei der Akademie für private Investoren. Das bekommen sie gratis. Wir kommen zum Anfang der Liste. Genie der Finanzen. Wir lernen ganz viel theoretisch, aber wir verwenden die Kenntnisse nicht im echten Leben, denn wir haben Angst, die Kenntnisse zu nutzen, weil wir nicht wissen, ob das tatsächlich funktioniert. Praktizieren, damit arbeiten und der beste Ort, wo man damit arbeiten kann. Der beste Ort, wo man das testet, das ist eben der Business Simulator. Eine Art Trainiergerät, also Genie der Finanzen, ist ein ideelles Spiel, wo sie ihre Kenntnisse praktisch einsetzen können. Dabei riskieren sie nichts im echten Leben. Das Trainiergerät Genie der Finanzen kostet 525 Units und ist mit im Paket eingeschlossen. Darüber hinaus haben wir hier das Training Partner für eine Million Dollar Start im Business MLC, kostet normalerweise 250 Units. Am Anfang des Trainings habe ich erklärt, es ist eine ideelle Lösung für diejenigen, die grundlegende fundamentale Informationen erhalten wollen, darüber, wie man im Business anfängt, welche ersten Schritte gemacht werden müssen, welche Handlungen fällig sind, wie man den Prozess der Duplizierung startet. Dieses Training ist auch mit enthalten in diesem Paket Standard Synergie des Erfolgs. Sie haben Finanzkenntnisse, Sie haben die Möglichkeit, diese zu praktizieren, aber hierzu haben Sie noch geschäftliche Kenntnisse und das vierte Produkt, das dazu noch gehört, das ist der 20-prozentige Preis nach Lass auf Pakete Investitionstoken Token World Crew. Wenn Sie dem folgen, unter diesem Lesezeichen UGP sehen, wie viel 1000 UGP World Crew Token kosten, 500 Units, aber Sie haben einen Rabatt, wenn Sie alles erwerben, Synergie des Erfolgs komplett und Sie bekommen 20% Rabatt von UGP Group. Das wird ausschließlich denjenigen angeboten, die das komplette Paket erwerben. Keine anderen bekommen diesen Rabatt von 20% und somit eine solche Variante. Nur diejenigen, die das entsprechende Paket erwerben, also der Gesamtpreis des Pakets, wenn Sie für alles einzeln bezahlen würden, Beträge an 1275 Units, aber Sie können dafür nur 660 Units ausgeben. Wie sieht das aus? Sie gehen in das Contra Average, finden Trainings, finden dort den Bereich Synergie des Erfolgs, die Schaltfläche und da finden Sie das Standard Paket. Der Preis Sie sehen 260 Das ist der erste Kauf. Sobald Sie 260 bezahlt haben für das Paket, bekommen Sie noch Genie der Finanzen Partner für eine Million und Grundkurse für angehende Investoren von der Akademie für private Investoren. Danach erhalten Sie eine E-Mail mit einem speziellen Link auf Webseite UGP Group oder im Kundenkonto mit Hilfe dessen können Sie 1000 Volt Token kaufen. Nicht für 500 sondern nur für 400 Units. Also Sie sparen 100 Units beim Erwerb von 1000 Volt Crew. Also 260 kostet das Paket selbst plus 400 dazu der zweite Kauf im Gesamtwert von 660 Units. Mit anderen Worten gesagt sparen Sie 615 Units oder 48 Prozent. Aus meiner Sicht ganz toll, ganz hervorragend, insbesondere für diejenigen, die sich dem Geschäft angeschlossen haben und die sich ansehen als einen Menschen, der allmähliche Schritte tut in Richtung Profi MLC. wirklich total cooles Angebot, wenn Sie große Schritte machen wollen, bieten wir Ihnen das zweite Paket Synergie des Erfolgs Premium. Was gehört zu diesem Set? Wo sind die Unterschiede zwischen Standard und Premium? Lasst uns beginnen von unten. Es geht um Grundkurse für angehende Investoren von der Akademie für Privat Investoren. Das heißt immer noch wichtige Bestandteile für diejenigen, die sich dem Business angeschlossen haben. Sie müssen wissen, wie man erfolgreich wird, nicht einfach wie man Geld verdient, wie man spart, sondern auch wie man das Geld vermehrt. Also wir bieten dazu Basiskurse. Gehen wir zurück zur Liste der Spielgenie der Finanzen, aber gegebenenfalls in Verbindung mit den Kursen für qualifizierte Moderatoren. Sie haben das sich angeschaut, sie haben das praktiziert und jetzt können sie Moderator werden, damit sie ihre Kenntnisse, ihre Informationen an andere Menschen übertragen können. Sie werden zum Moderator, sie werden der Mensch, der das Spiel moderiert und das kostet extra 1025 Units, wenn man das extra kauft im Kundenkonto Akademie für Privat Investoren. Das nächste Thema Training , MLC plus Bonus Training Partner für eine Million, das kommt wie ein Bonus. Also, wir lassen das nicht aus, wir ergänzen das mit einem kompletten Inhalt, sobald sie sich entschlossen haben, ein Profi MLC zu werden. Sie haben auf sich Verpflichtungen aufgenommen, der große, der größte Leader, der erfolgreichste Leader unserer Gemeinschaft zu sein. Das kostet einzeln genommen 2,5 Tausend Units. Das vierte Produkt, die vierte Komponente, die kann man nicht ausschließen. 26 Prozent Rabatt für ein Paket Investitions Token von UGP Group. 6.000 Volt Crew. Wenn sie 6.000 Volt Crew einzeln kaufen würden, würden sie 3.000 Units dafür ausgeben, aber dank dem Paket Premium würden sie für dieselbe Anzahl von Volt Crew 26 Prozent weniger bezahlen. Was passiert dann? Der Gesamtwert des ganzen Pakets beträgt 6.525 Units, wenn sie alles extra bezahlen. Aber es handelt sich hier um ein hervorragendes Angebot, deshalb zahlen sie hier nur 3.500 Units. Ich wiederhole, 3.500 Units, wie ist es möglich? Alles ganz einfach. Sie gehen in den Kunden Account und sehen Sonderangebot Premium Pakets Energie des Erfolgs bei Average. Sie zahlen zunächst 1.300 Units ein. Sie erhalten Zugang zum Spiel, zum Training, zum Training MLC Pro Grundkurs für angehende Investoren und dabei bekommen sie noch den unikalen Link zum UGP Group, wo sie 6.000 Token World Crew kaufen können für 2.200 Units. als ich schon sagte, zahlen sie 800 Units weniger dafür und der Gesamtpreis des Pakets beträgt 3.500 Units. Sie sparen oder wir sparen fast 50 Prozent, 46 Prozent, um ganz genau zu sein. Wie meinen Sie, ist das denn nicht das ideelle Angebot für die Leader, die wir heute vorfinden werden oder wollen Sie selber so ein Leader werden? Menschen, die lernen wollen, das Business zu gestalten für die Menschen, die die Höhe besteigen, die sich zu sich immer gesagt haben, ja, ich kann das, ich sehe mich in der Rolle des Präsidenten zum Jahresende. Kaufen Sie das Produkt oder bieten Sie das Produkt den Menschen an, die sich in dieser Rolle sehlen. Alle wollen Geld sparen. Zeigen Sie, was das für ein erstklassiges Angebot ist, man kann fast 50% sparen und man kann alles in einem bekommen. Man lernt, wie man Investor wird, man lernt, wie man Eigentümer des Geschäfts wird und Investor und alles in allem, alles wirklich mit einem Schlag denken, denkt drüber nach, wenn Sie etwas gekauft haben und die Leader kaufen in der Regel die Produkte der eigenen Firmen und wenn Sie schon wissen, was das ist, sprechen Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung, bieten Sie das den neuen Kollegen an, den Partnern, in deren Augen sie den Funken sehen, in deren Augen sie sehen, dass sie nächste große Leader werden wollen. Ich glaube, das ist hier die nächste und die letzte Seite, mit der ich das Webinar abschließen möchte. Ein Zitat aus Roy Bennett, egal wie viel Erfahrung Sie haben, es gibt immer etwas Neues, das Sie lernen können und es gibt immer Raum für Verbesserungen. Seien Sie immer offen, weltoffen, etwas Neues dazu lernen, neue Sachen. Seien Sie lebensfreudig und lernoffen, wenn Sie alle drei Komponenten besitzen. das heißt, Sie sind hungrig, Sie wollen neue Kenntnisse haben, Sie sind lernfähig, das heißt, Sie sind aufnahmefähig und was war das dritte, helfen Sie mir bitte, am Abend, der Tag neigt sich dem Ende, also wenn Sie erfolgreich sein wollen, müssen Sie unbedingt schauen, was Ihnen fehlt, beziehungsweise was erforderlich ist, um die nächste Ebene zu erreichen. Schließen wir das Informationswebinar ab und wir sehen uns möglicherweise in der nächsten Woche, denn wir werden die Informationen erneuern, aktualisieren, es kommen neue Produkte, wir bekommen neue Projekte, die neue Produkte und Dienstleistungen anbieten, also ganz gewiss werden wir in der nächsten Woche neue Informationen haben. Bleiben Sie online, bleiben Sie mit uns und wir sehen uns in der nächsten Woche. Ich bedanke mich bei allen und sage Tschüss. Tschüss. Schöng von Schäuble Schäuble ans Haus ca. Schäuble an Schäuble an Schäuble an Schäuble Vielen Dank.